Willkommen auf meinem Spielplatz Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyline ist am Start genauso wie ein kleiner Runde Let's Play Naruto Ultimate Ninja Storm 2 Shippuden mäßig und so Liste der SP Belohnungen Wir haben schon ziemlich viel erreicht jetzt hier Und kommen ziemlich nah auf den nächsten Titel zu Und wir drücken sofort A Spielladen Wir sind kurz davor Zeit für ein Wiedersehen Nachdem Naruto und seine Freundin Orochima aus Versteck eingedrungen sind Stoßen sie weiter bis ins Innere vor Und was sie dort finden werden Ist das was sie seit drei Jahren suchen Ich widme diese Aufnahme Einer ganz lieben Person die ich kenne Sei gegrüßt Wanni Ein extreme Auch so eine schöne extreme Naruto Shippuden Naruto Fan Finde ich total toll Hab ich vor kurzem kennengelernt Ich mag sie einfach Sei gegrüßt So und weiter Also dann auf geht's Wir sind kurz davor Ihn Zu finden Den einen Den ewigen Unseren geliebten Imperator Nein Das war falsch Der eine Ring um sie zu knechten Wir holen Sasuke gemeinsam zurück Sai Wir holen auf jeden Fall zurück Stimmt doch noch Naruto Wir werden uns schnurstracks Auf den Weg begeben Um unseren Freund Unseren Bruder Zu retten Zurück Nach Hause zu bringen Damit wir endlich wieder ein Team sind Eine Familie Das da vorne sieht Wie die tiefste Wie der tiefste Teil aus Also dann Gehen wir rein Bist du bereit? Ja Warte nur Sasuke Sasuke Entschuldigung Sasuke heißt das Ich vergesse auch jedes Mal wieder Ah Sasuke Das war's für heute. 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 Stirb dran. Das war's für heute. 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 Vielen Dank.